Zauberfuß, Leute! So, da haben wir wieder ein altes Shell Set für Fire Event noch, was Fun of Fire Reloadable Shells. Da steht eh extra dabei, wie wir das bedienen, eben mit Fiberglasmoser, für den gibt es eben die Refill-Sets da. Da ist es schön in Österreich, Papabau, eben Klasse 2 und 2 tut das Doppelschlag. Da reißen wir mal das Ding drauf. Nettcher Fock. Ja. So, da sind 12 hier drin. Da geh ich jetzt gleich her und tu sie gleich schon auseinander. Das ist schon bald Arbeit, gell? Ja. Bis die her gehst du fast, gell? Der eine tue gleich schon da rein. So. Und so. Jetzt werden wir das noch ein bisschen auf Abstand reisen. So, wie der Lauf! Start los, oder? Ja, Nummer 1! Das ist ein Gefühl! Nächster! ... ... ... ... ... 1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 7. 8. Wollen wir noch warten? Servus! Servus! Gutes Neues! So, dann der nächste! Was sind denn noch ein paar? Ja, aber die sind bei 12, ne? Das ist schon anders! Anders Zeug, als mit einer Ketterl! Ach nee! Was haben wir zu? Drei? 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 Ja! Ganz schön neblicklich! Schon wieder? Ja! Schon wieder? Ja! Von dem geht das? Ja! Alter Schweder! Ja! Soll das nicht passieren, gell? Sagen wir mal so! Ist die über Bauer geflogen? Ja, geflogen ist sie auf alle Fälle, gell? Nach dem Schlagel! Aber! Ja! Tut's nichts! Tut mir leid! Hat nicht funktioniert die letzte! Aber was soll man machen? Aber sucht was schon! Wollen wir mal vorkommen, gell? Also! Bis zum nächsten Mal! Und Zaufuss!